Was heißt dieses Zeichen? Die Erde webt, der Vorhang im Tempel zerreißt. Die Gräber gehen auf und wer tot war, lebt. Die Wächter sind kreidebleich. All das sind Zeichen, dass Jesus lebt. Er hat Tod und Hölle besiegt. Sein Triumph alles siegreiches Auferstehen wird überall bekannt. Was heißt dieses Zeichen? Dort an dem Grab. Es wird von Soldaten beschützt, versiegelt und versperrt. Doch ein Engel kommt und rollt diesen Stein zurück. All das sind Zeichen, dass Jesus lebt. Er hat Tod und Hölle besiegt. Sein Triumph alles siegreiches Auferstehen wird überall bekannt. Was heißt dieses Zeichen? Leer ist das Grab. Und Jesus liegt nicht mehr darin. Und alles sucht ihn hin. Völlig aufgebracht. Doch hör, was der Engel spricht. All das sind Zeichen, dass Jesus lebt. Er hat Tod und Hölle besiegt. Sein Triumph alles siegreiches Auferstehen wird überall bekannt. Stand przykład. Wir freuen uns für uns. – Kaune sulphur in You-Kilis-Fanikon-Werstein.